Du musst jetzt einmal ein Bugatti klauen. Ich hab jetzt hier den Bugatti-Schlüssel. Werde ich ihn schaffen zu klauen, Leute. Und jetzt werde ich mit dem Bugatti wegfahren. Heute bestimmen YouTuber 24 Stunden mein Leben in Dubai. So, Freunde, und ich würde sagen, wir kommen direkt zur ersten Aufgabe. Die hat mir Clash Games geschickt. Ich gebe dir als Aufgabe, dass du einfach mal mit einem richtigen Jetpack fliegen musst. What? Higa, er sagt einfach, ich soll mit einem Jetpack in Dubai fliegen, lol. Wo gibt's denn bitte ein Jetpack, Leute, das man auch wirklich benutzen kann? Ich würde sagen, ich mach mich jetzt mal auf die Suche, Leute. Mal schauen, ob wir was finden werden. Let's go. Ey, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe tatsächlich ein Jetpack gefunden. Und zwar hier. Da kann man wirklich 10 bis 20 Meter in die Luft fliegen mit diesem Jetpack. Und das werden wir jetzt machen. Also, Kevin, du hast ja gesagt, ich soll mit einem Jetpack fliegen. Und hier ist tatsächlich das Jetpack. Leute, schaut euch das mal an. Das schneidt man sich dann hier um. Und, schau mal, hier hinten ist dann die Düse. Hier kommt dann dieser Wasserstrahl raus und dadurch fliegt man in die Luft. Aber, sie haben gesagt, das ist auf gar keinen Fall, darf man das als Anfänger machen. Das ist extrem schwer und man verletzt sich sehr einfach, weil das so schwer ist, Leute. Und deswegen werde ich jetzt mit einem Flyboard. Also, Leute, ihr seht schon, ich habe hier eine Ausrüstung. Hey, einmal die Weste. So, Leute, aber bitte, ich sage, ich hoffe, das klappt alles so. So, Leute, das ist hier mein Jetpack, wie du zu sagen. Hey, mein Jetpack. Wow. ok leute wir sind jetzt auf jeden fall zurück im hotel nach dem jetpack und die nächste aufgabe kommt von marvin leute so ich würde sagen die schauen wir uns mal zusammen an so lukas ich darf dir jetzt eine aufgabe stellen und ich habe mir das geistgangs überlegt und zwar du musst jetzt im teuersten einkaufszentrum der welt 1000 euro ausgeben digga marvin sagt einfach ich muss in dem teuersten einkaufszentrum der welt 1000 euro ausgeben digga marvin du bist du noch gar zauber im kopf alter das jubi-gag er meint in der dubai mall ich würde sagen da geben wir jetzt als nix hin ich mache einfach die aufgabe marvin ich werde es dir heim zahlen also leute ich habe hier eine ultra heftige neue sorte gefunden von prime die habe ich vorher noch gar nicht gekannt der zu drei verschiedene farben die ersten zehn euro sind ausgegeben für dieses prime sage euch ehrlich wird unermal gespannt let's go alter ist der krank mann lol er hat zehn prozent kokos leute hier müsst ihr jetzt als nächstes hier richtig viele süßigkeiten kaufen ich nehme einmal hier die war jetzt hier einmal die riesen hier nehme ich die cop stopper von ripsauer nehmen wir auch noch alter ist das denn digga das ist einfach eine schokolade spritze die gönne ich mir sofort danach die nehmen wir auch 50 kosten die einfach alter die sind auch richtig krank aussehen wie aus das kaufen wir jetzt auf jeden fall alles hier auf jeden fall nehmen wir auch noch mal dazu die hier die double drops das hier nehmen wir jetzt auch noch sauergut ich bin so gespannt wie das gleich schmecken wird ihr werdet es gleich sehen also leute das ganze kostet auf jeden fall 232 die haben sind ungefähr ich glaube 80 euro leute wir sind jetzt in einem der größten spielwaren laden aller zeiten leute der ist mega mega fett und wir werden jetzt hier das nächste geld ausgeben und zwar man sieht ja schon hier sind auf jeden fall richtig viele so aus zweiter alter ist einfach mal ein bällebad leute richtig geil und wir suchen jetzt auf jeden fall mal die nächsten sachen für die wir geld ausgeben können alter schaut euch das mal an hier leute so leute wir sind jetzt bei einem technikmarkt angekommen tatsächlich und hier werden wir jetzt eine gopro kaufen so leute ich habe auf jeden fall die gopro gefunden richtig geil und die werde ich mir jetzt einfach mal kaufen die kostet ungefähr so 500 euro so leute die kamera ist auf jeden fall jetzt hier gekauft so leute jetzt haben wir die ganzen süßigkeiten und ich will als erstes auf jeden fall mal hier die schokoladenspritze versuchen die will ich noch mal unbedingt testen ach Leute das sind einfach kleine sagt er das ist so oder so sauer bombs ich würde sagen wir gönnen uns direkt die ganze packung super sauer double drops und das kann man sich sozusagen rein spritzen alter das ist geistgang sauer leute wir machen schnell weiter mit der nächsten youtube aufgabe die nächste aufgabe ist übrigens von max also von echt so grüße gehen raus an die leute er hat mich ja auch eine aufgabe zugesendet und die schauen wir uns jetzt mal an jo lucas was geht ich bin übrigens auch in dubai ich habe eine aufgabe für dich und zwar sollst du ein geheimes mcdonalds menü hier in dubai bestellen viel glück mal schauen was drin ist bro was für ein geheimes mcdonalds menü in dubai was ich muss da erstmal jetzt ganz kurz googeln was er überhaupt meint und ich glaube wenn es sowas gibt werde ich euch jetzt mal zeigen also leute wir sind jetzt hier bei mcdonalds in dubai wieder mal und wir sollen jetzt das geheime dubai mcdonalds menü bestellen nehmen wir mal hier einen geheimes dubai burger den es nur hier gibt und zwar den mushroom beef Leute mit Pimstmuster und hier sollen wir jetzt folgendes gleich machen wir sollten für das geheime menü tatsächlich eine normale Sprite nehmen das ist ganz wichtig genau leute hier soll man einen code eingeben einen geheimen und zwar dubai 999 wenn man das drückt leute wird jetzt drücken dann soll man das geheime dubai menü bekommen hier wird einfach angezeigt aber das ist ganz normal das ist quasi trotzdem im system und leute wir bezahlen jetzt auf jeden fall hier mit karte und ich zeige euch gleich was wir bekommen haben das ist geisteskrank wenn es wirklich funktioniert hat ey leute oh mein gott schaut euch mal das an digger Leute ich habe eigentlich eine Sprite bestellt aber irgendwie sieht das hier grün aus wir öffnen das ganze mal hä? digger was ist das? lol das ist so grün digger lol Leute das schmeckt aber eigentlich genauso wie Sprite muss ich sagen ok jetzt bin ich aber mal richtig auf den burger gespannt bei dem gibt es in deutschland ja auch gar nicht schauen wir mal an wow alter der ist gold oben digger der sieht ja total krank aus alter der hat so ein gold topping guck dir das mal an der hat so sterne und so weiter drauf digger das ist ja unnormal krank alter der krank war vor allem dieses gold topping oben schmeckt echt übelst krass ihr seht auch das fällt nicht runter das bleibt so keine ahnung was das hier war ich bin mir echt nicht sicher ich glaube die machen dann einfach irgendwelche Sachen dazu aber wir kommen auf jeden Fall zur nächsten youtuberaufgabe ok Freunde die nächste Aufgabe ist auf jeden Fall jetzt von Jonas und ich würde sagen wir schauen uns die mal an let's go so Lukas und zwar gibt es in Dubai das höchste Gebäude der Welt soweit ich weiß und da musst du jetzt mal hingehen das ist der Burj Khalifa und ja den gehst du jetzt mal hoch oder besuchst den mal oder ja mach worauf du Bock hast viel Spaß alter ok Jonas hat also gesagt ich soll beim Burj Khalifa also das höchste Gebäude der Welt Leute da waren wir auch ganz am Anfang des Videos wir sollen reingehen ins Gebäude und schauen was dort drin ist ich würde sagen Leute wir gehen jetzt mal dorthin so Leute hier kann man jetzt die Tickets kaufen für das Burj Khalifa so Leute ihr seht schon wir fahren jetzt auf den 154 Stock das ist der höchste den es dort gibt und Leute ich habe dafür bezahlt der gab 500 Euro oder so Jonas ich sag dir ehrlich du hast mich richtig hops genommen Alter aber ich will bis zum obersten Stock höher geht es nicht Leute dort ist eine richtig krasse Laune man kriegt gratis Essen gratis Getränke richtig geile Snacks und so weiter so Leute jetzt wurden hier noch durch ein paar Kontrollen geführt und jetzt geht es in den Aufzug der schnellste Aufzug der Welt Leute so Leute hier sind die ganzen Stockwerke ihr seht das Alter 154 einfach mal Alter meine Horde geht jetzt schon zu Leute wow so Leute gleich sind wir jetzt ganz oben auf dem 154 Stock so Leute hier ist nochmal offiziell wir sind jetzt gerade in der höchsten Lounge der Welt Leute ich zeige euch jetzt schon mal von hier die Aussicht und gleich gehen wir noch auf die Terrasse das wird noch krasser vertraut mir Leute wow das ist abnormal Leute schaut euch das mal an Digga wir sind hier unnormal hoch Leute das hier sind Wolkenkratzer hier hinten überall die sind so hoch wie in New York und die sind nochmal doppelt so hoch Leute schaut euch mal an wie klein hier diese Autos sind ich kann euch mal ranzoomen Leute das sind Autos Leute schaut mal hier ist einfach so ein ultra krasser Pool hier auf diesem Hochhaus oben drauf und wir sind nochmal so 300 Meter höher so Leute wir sind jetzt auf der Terrasse auf der höchsten Terrasse der Welt Leute wow es ist so krank hoch es ist unfassbar man Leute ihr seht einfach mal Dubai von oben und wir stehen hier auf einer Terrasse Digga das ist geisteskrank heftig sage ich euch wir haben hier übrigens auch richtig viel gratis essen und das würde ich sagen zeige ich euch jetzt mal da werden wir uns schon richtig Welt vollstopfen Leute mit richtig geilen Süßigkeiten also Leute wir sind hier auf der höchsten Toilette der Welt auch das hier ist ein Weltrekord kein Spaß Leute natürlich außer im Flugzeug aber die höchste Toilette feststehend der Welt hier gehen wir jetzt mal kurz aus dem Klo bis gleich so Leute hier gibt es so paar nice Snacks auf jeden Fall und oh Macarons sehr geil Leute davon snack ich mir auf jeden Fall mal den einen oder anderen ich mache mir jetzt mal hier so einen geilen Teller mit Snacks Alter Leute hier geht es richtig ab ihr seht hier gibt es noch mal richtig viel gratis essen sogar mit Blattgold und oh ein Armani Kuchen Leute sehr krass wir nehmen mal so kleine Snacks ok sehr cool so Leute ganz wichtig Plaklosetabletten nicht vergessen oh das ist eine halbe aber ok so Leute hier nochmal einen Apfelsaft übrigens Jonas ist auch ein riesiger Apfelsaft Fan deswegen habe ich mir einen extra Apfelsaft für dich geholt Jonas ja und ich würde sagen Leute erstmal das Armani Törchen probieren wir jetzt mal und nochmal den Macarons hinterher sehr lecker Leute ich würde sagen wir schauen uns jetzt mal die nächste Aufgabe vom nächsten YouTuber an so Leute wir sind hier immer noch wie gesagt oben und jetzt schauen wir von Lumex uns die nächste Aufgabe an so Lukas meine Aufgabe für dein Video lautet dass du dir bitte einmal einen Jetski ausleihst und mit diesem musst du ganze 100 kmh schnell fahren ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei let's go alter 100 kmh mit einem Jetski fahren alter das ist unnormal schnell Leute ich würde sagen ihr seht ganz da hinten ist das Meer das heißt wir fahren jetzt als nächstes da hinten zum Meer und fahren 100 kmh mit einem Jetski also Freunde als nächstes geht es jetzt hier zum Jetski Lumex ne du kleiner Wenge ey 100 kmh muss ich jetzt damit fahren Leute das wird auf jeden Fall mega mega die Challenge für mich okay Leute jetzt geht es auf jeden Fall rein und zwar zu den Jetskis hier so Leute es geht los alter Leute ihr seht schon also in MPH steht das also nicht Kilometer pro Stunde alter ist das krass Junge oh mein Gott Leute 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 so Leute Jetski ist auf jeden Fall gewacht hat auf jeden Fall richtig Druck gemacht und mal schauen welche YouTuber Aufgabe als nächstes kommt also Leute wir sind jetzt vom Jetski fahren zurück wir sind wieder in die Dubai Mall gefahren und zwar ist die nächste Aufgabe hier von Pat Leute der gute alte Pat also Lukas meine Aufgabe an dich lautet du schnappst dir einen Quad und fährst damit in Dubai in der Wüste herum oh mein Gott Pat jetzt muss ich 2 oder 3 Stunden fahren in die Wüste und dort mir einen Quad ausleihen Digga eine Ewigkeit später so Leute jetzt geht es los ihr seht schon wie ich hier aussehe und zwar geht es jetzt hier auf dieses Quad so Leute let's go Alter let's go so Leute wir sind jetzt hier auf dem Quad in der Wüste am Start und Leute meine Freundin ist tatsächlich irgendwie weiter hinten sie steckt irgendwie fest Leute Alter man muss sie echt richtig auffassen wegen dem Sand Leute das ist echt geisteskrank so Leute wir sind jetzt hier angekommen wir sind auf der höchsten Düne in Dubai Leute ihr seht das hier Bro ey das macht richtig Spaß muss ich sagen aber es ist auf jeden Fall auch sehr anstrengend Leute aber ultra krass schaut euch das mal an Leute let's go oh mein Gott Alter Leute wir reagieren jetzt auf die Aufgabe von iCrimax ich würde sagen let's go die allerletzte Aufgabe so Lukas ich habe auf jeden Fall auch eine richtig krasse Aufgabe für dich und zwar ich möchte dass du ein bisschen GTA real life machst und zwar ey warte mal GTA in real life was kommt jetzt du musst jetzt einmal ein Bugatti klauen Hä ein was Digga das kann ich noch nicht machen Max oh mein Gott ist das in Ernst ja 3,4 Millionen Dollar kostet das Ding viel Spaß damit und lass dich nicht von der Polizei erwischen Bro ein Bugatti klauen ey oh mein Gott das ist wirklich GTA in real life ey Leute ich muss jetzt erstmal überlegen wie ich das ganze machen werde am schlauesten und äh ihr werdet jetzt sehen also wofür ich mich entschieden habe Max du bist echt richtig krass Leute wir sind ja immer noch am Burj Khalifa richtig richtig krass man also Leute für die Aufgabe von Max sind wir jetzt vor dem Laden First Motors in Dubai Leute Alter hier gibt es die krassesten Autos die ihr jemals gesehen habt kommt einfach mal mit ich zeige es euch Leute ich sage euch ehrlich das was ihr hier seht habt ihr doch nie in eurem Leben jemals gesehen Leute okay Leute die Türen haben sich auf jeden Fall geöffnet hier also Leute ihr seht schon wir haben hier extrem viele Sportwagen am Sport Leute wir haben nicht nur mehrere Bugattis hier Leute ne für die Aufgabe natürlich auch entscheidend wir haben zum Beispiel diesen Bugatti Chiron am Start Leute geisteskrank heftig der kostet einfach mal der kostet einfach mal vielleicht steht der Preis sogar dran es ist einer von 60 Leute Bugatti Chiron ist Toursport Alter Digga die kostet über 5 Millionen Leute dann haben wir hier zum Beispiel nochmal einen richtig kranken Wagen das ist natürlich kein Bugatti sondern Fagani und Leute hier haben wir den nächsten Bugatti Leute Nummer 2 ihr seht es ey ich habe noch nie so nah an einem Bugatti in echt gestanden Leute hier haben wir den nächsten Bugatti Leute und dahinter haben wir noch einen Bugatti Bro und schaut euch mal diese kranken Lambos an solche Lambos gibt es eigentlich nur im GTA Leute der ist sogar verkauft ihr seht das dann haben wir hier diesen Lambo der hat auch verkauft ey das ist für mich der krasseste Wagen glaube ich in diesem ganzen Laden aber ich würde sagen wir müssen jetzt auf jeden Fall mal den Schlüssel noch hier holen Leute um in den Bugatti zu kommen mal schauen ob es klappen wird so Leute so sieht der Bugatti nochmal hier von außen aus Alter ist das krank Leute schaut euch das mal an wie krank der aussieht Leute der kostet 5 Millionen Euro oh mein Gott Leute ich habe jetzt hier den Bugatti Schlüssel und die Frage ist natürlich jetzt werde ich ihn schaffen zu klauen Leute ja oder nein ich würde sagen wir gehen jetzt rein in den Wagen let's go Max ich könnte dich schon mal enttäuschen also klauen kann ich den wahrscheinlich nicht aber Leute ich darf nicht reinsetzen oh mein Gott Leute wir hängen jetzt mal hier dran ich habe einfach ich habe einfach den Weg zum Bugatti geöffnet ey Leute ich sage euch ehrlich ich bin so krass aufgeregt oh mein Gott wir öffnen zusammen okay ich hoffe Leute er ist offen wir gucken mal oh mein Gott Leute der Bugatti ist offen mach mal mit ich trau mich nicht oh mein Gott oh mein Gott Leute meine Freundin traut sich grad nicht der Wagen ist so teuer Leute der Wagen ist so teuer der kostet über 5 Millionen schau mal rein oh mein Gott Leute ich werde mich jetzt hier in diesen Bugatti setzen aber ich werde nicht wegfahren Max es tut mir leid das schaffe ich einfach nicht oh mein Gott ey das ist ich bin so aufgeregt ich will nichts kaputt machen Leute weißt du okay okay boah okay oh mein Gott was machst du da oh mein Gott ey Leute wenn ich sobald ich drin sitze nehme ich das Handy und zeig es euch Alter ich will so vor uns zu sein oh mein Gott ey das ist zu krank Bro ey Leute auf jeden Fall absolut Ehre von First Motors dass ich das machen darf ich bin einfach in einem Bugatti Digga und ich habe den Schlüssel werde ich wegfahren Leute jetzt sagen wir schließen mal die Tür okay Leute oh mein Gott ey das ist Alter ist das krank ich bin richtig aufgeregt Leute Alter sieht das krank aus Digga und jetzt werde ich mit dem Bugatti wegfahren Spaß werde ich natürlich nicht Leute aber lass mal einen fetten Like dafür da was ich es geschafft habe schau dich mal an wie krank das hier alles aussieht wow Alter diese Bedienelemente und Leute ich habe es auch hinbekommen ich habe eben mit dem Store geredet wir kriegen es hin dass der Bugatti gestartet wird aber von einem erfahrenen Rennfahrer ich werde das ganze nicht machen dürfen aber Leute ihr werdet jetzt den Motor hören und ich würde sagen das machen wir jetzt ich gehe mal wieder aus dem Bugatti raus Leute let's go Leute jeder Kratzer kostet 200.000 Euro oh mein Gott Alter war das krank und jetzt werden wir nochmal den Motor Sound hören also und jetzt wird er nochmal live hier im Wagen gestartet also lasst mal einen fetten Daumen nach oben dafür da Leute es ist wirklich zu krank oh mein Gott wow 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 Leute gleich geht es los gleich macht er nochmal hier ein bisschen Lärm oh mein Gott oh mein Gott Alter das ist einfach mal geisteskrank und damit Leute hoffe ich auf jeden Fall euch hat das Video gefallen lasst mal einen fetten Like da kostet das Abo ihr wisst Bescheid bis dann Ciao Ciao Auf Wiedersehen.